Wir wollen heute mit einem richtig leckeren Essen anfangen. Und während einige von euch macht nachtisch aufessen oder vielleicht auch in der siebte Portion, wollen wir mal unser stoffliches Programm starten. Manche Kategorien beziehen sich nur auf euren Tisch, manche Kategorien beziehen sich auf alle. Manche Kategorien beziehen sich nur auf alle. Manche Kategorien beziehen sich nur auf alle. Manche Kategorien beziehen sich nur auf alle. So, set it on the mountain, Jesus is born. Christmas bells are ringing, everyone join. Come and bring your family, celebrate His birth. Christmas at church. Christmas at church. Amen.